Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit Die Befriedigung, die sich einstellt, wenn Sie Ihre eigenen Absichten verwirklichen, ist ein Gefühl, das Ihnen niemand sonst geben kann. Wenn Sie den Mut haben, sich selbst zur Priorität zu machen, können Sie diese wertvolle Lektion lernen. Haben Sie eine klare Entscheidung für Ihr Trainingsprogramm getroffen? Oder sind Sie mit dem, was Sie ausprobiert haben, unzufrieden? Solange Sie sich aktiv um diesen wichtigen Lebensbereich bemühen, wird es Ihnen leichter fallen, sich in anderen Situationen an die erste Stelle zu setzen, in der Liebe und im Beruf, um nur zwei zu nennen. Karriere Nur weil jemand anderes Ihre Ideen nicht ganz versteht, heißt das nicht, dass Ihre Ideen nicht gut sind. Die Beziehungen zu anderen könnten in den nächsten drei Wochen ein wenig gestört sein. Wenn Sie sich dieser Tendenz bewusst sind, können Sie besser durch die Gewässer navigieren. Liebe Eine verhängnisvolle Anziehung findet heute am ehesten hinter den Regalen einer ruhigen Bibliothek statt, während Sie sich mit Naturbüchern beschäftigen. Während Sie durch Bilder blättern, die Sie sehr anregend finden, spüren Sie plötzlich, dass jemand Sie ansieht. Das Gefühl, wenn sich Ihre Blicke treffen, geht direkt durch Sie hindurch. Ja, Amor hat seinen Pfeil abgeschossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!